Hallo liebe Kinder und liebe Eltern, wir melden uns mal hier vom Sonstwas Theater, weil es ja schon so lange kein Kindertheater mehr gibt. Aber, vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, ihr könnt jetzt selber was machen. Könnt es genau. Und wir zeigen es euch mal. Passt auf. Hier ist der Film. Hey, wo hast du den denn aufgegabelt? Den habe ich im Internet gefunden, da gibt es eine eigene Seite für. Figurenauflauf. Figurenauflauf ist aber nicht zu essen, ne? Nein, Figurenauflauf ist eine große Aktion, wo alle Kinder selber ihre eigene Figur basteln. Aber wir können auch gar nichts zum Basteln kaufen, die ganzen Geschäfte sind doch zu. Ah, das brauchen wir ja auch gar nicht. Alles was wir zum Basteln brauchen, haben wir zu Hause. In der Mitte gibt es zum Beispiel einen großen Stab oder Stiel, Stück Besenstiel vielleicht. Und dann nimmt man alles, was wir zu Hause finden. Vielleicht eine leere Dose oder ein kaputtes Kehrblech oder ein Besen, Wolle, Knöpfe, Flaschenverschlüsse, alles. Kann ich auch nach kaputten Schneeschiebern nehmen? Ich habe einen kaputt geschöpft, der steht in der Garage. Na klar, kannst du auch nehmen. Hauptsache, du bist bis zum 19. Juni fertig. Na, dann haben wir ja noch Zeit zu basteln. Ja, denn am 19. Juni geht es los. Da treffen wir uns mit allen Figuren in der Stadt und machen den großen Auflauf. Dann kann man ja alle Figuren sehen. Genau. Und hier, für alle, die es noch nicht haben, dieses hier ist der Flyer. Da steht alles nochmal drin, was wir gerade erklärt haben. Und hinten drauf gibt es einen Ausweis. Den könnt ihr ausschneiden. Hab ich schon. Hier gibt es auch so ein Schlüsselband. Ne, Schlüsselband. Und da kann man den Ausweis reinstecken. Und dann ist man Mitglied. Und die Schlüsselbänder, die gibt es alle bei Buchhandlung Südmeller umsonst geschenkt. Ganz genau. Also, wir freuen uns ganz doll auf euch. Macht mit, meldet euch bei uns an, per Telefon oder schreibt uns eine Mail. Hauptsache, ihr seid dabei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.